Willkommen zu Minecraft, immer noch mit den... Das wird sterben gehen, Alter. Ja... Wir müssen mal ausmachen, was derjenige machen muss. Ich glaub, ich wär dafür, der muss irgendein Bullshit-Spiel machen. Nee. Ach so, doch. Ich wär dafür, der bläst jeden mal ein. So ein richtiges Crap-Spiel. Minecraft. Nein, so... So like, ähm, hier. Keine Ahnung. Dirty Ghost oder so ein Dreck. Ja, das muss in meinem Kauf für 60 Euro. Ey, Family-Telling, irgendwer hat doch das. Was? Silke. Alle werden doch scheiß spielen. Siehst du, also Silke stört mal. Oder ich bin dafür, dass es irgendjemand macht, der... Oder irgendein kostenloses. Richtig schlechtes Spiel, was wir jeder schon mal gespielt hat. Minecraft. Das ist nicht schlecht, du Mongo. Das ist auch nicht kostenlos. Also wir haben's doch alle. Ja, gut, aber... Irgendwas, was derjenige gar nicht macht. Also ich würd das so machen. Minecraft. Derjenige wird einfach gesteinigt. Jetzt treffen wir uns. Also ich mag ja zum Beispiel... So, Silke, ich kann ja nicht schreiben, ich bin in der Aufnahme. Mann! Pass auf mich anzuschreiben, dann schreib Janik an. Schreib nicht an. Janik ist ja nicht online. Das find ich nicht, das find ich nicht gerecht. Schreib mich über WhatsApp an. Das ist das Ausgabe, was wir alles gefunden haben, ne? Das find ich jetzt richtig unnett. Hey, das mach ich doch gar nicht. Darf man doch nicht mal mehr was fragen, so unter Nachbarn. Halbnachbarn sag ich jetzt mal. Schreib mir über WhatsApp. Schreib's doch im Chat. Ja, ich schreib im Chat. Schreibst du mir über WhatsApp? Ich hab sogar grad Pascal was zugeflüstert. Stimmt doch gar nicht. Ja. So, was machst du? Ich hätt's uns gelesen. Geil. Scheiß, wenn man zugeändert hat. Du musst dazu in die Konsole gucken, du Mongo. Achso. Wir können's doch nicht sehen. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt mache. Ich glaub ich geh Partiere slayen. Ähm, wo war das, wo war das, wo war das, wo war das? Hey Janik! Hm? Ich schreibe dich jetzt vielleicht mal an, ja? Ich will mal was wissen wegen Maumtreffen und so, ja? Passt du auch mit dem Handy? Ne, nicht über Handy, Max. Du bist der Aufnahme da. Sag mir denn, wenn es abgeschickt ist. Hab ich grad. Weil ich will mal die Uhrzeit wissen, aber das muss ja jetzt hier nicht jeder... Wir müssen ja jetzt das Display damit verstehen. Das könntest du nur nach der Aufnahme machen, oder? Ja, aber ich weiß ja nicht, wie lange ich noch online bin. Und danach ist man... Nein, deine Uhrzeit verschwindet nur auf einmal. Nee, dann kommen die Handygeister und klauen dein Handy. Ja, das ist wirklich so, ohne Scheiß jetzt. Ganz schlimm. Brauchen wir noch Glas? Warum denn da zwei gast? Also ich sag mal so, Sönke, nächste Woche Mittwoch müssten wir wieder ungefähr... Nächste Woche Mittwoch saß der. Warum so... Ja, Alter, was macht ihr im Neto, Alter? Ja, klauen... Ich... Also ich fack ja nicht. Ich finde, boos garst, Alter, diese dreckigen Mistviecher. Die haben alle Aids in Ebola, Mann. Ah, ich weiß, was ich baue. Äh, Yannick? Ja? Wolltest du nicht eine Automatische bauen? Yannick, ich hatte gerade was gegeben. Du brauchst es nicht laut aussprechen. Hm. Ähm, Max, ich baue so ein paar als Dekoration. Und dann fange ich jetzt die Automatische anzumachen. Das kannst du aber schon machen. Weil ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh nein, die Treppe will ich nicht abreißen. Hast du gerne noch? Warum nicht? Ist doch hässlich. Ich komm gern vorbei und reißt sie ab. Ich hab sogar überhaupt so ein Belügen dabei. Ich hab keinen Bock, die Abzug. So, warte mal. Du hast Bock, jetzt weiß ich. Pascal, reißt du dir doch ab. Das ist einfach am besten, oder? Der Bauer soll die am besten abreißen, oder? Ich baue sie dann neu. Okay, Pascal, du reißt sie ab. Ich helfe dir gleich und dann bauen wir sie neu. Ja, okay. Ich dachte, du baust sie neu. Ich baue sie neu. Wir sind hier ein Team. Ach, ach ja, ähm, Dings, komm mal. Max, komm mal. Seid ihr im Team oder in Team? Wir sind ein Team. In Team. Du in Team, Bob. Guck mal, was ich da hingestellt hab. Guck, ob ich sterbe. Oh, 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 was ist das? Ich kenn das, Alter. Zweibel. Kennst du nicht? Nee, kennst du nicht. Aber, aber ich kann gleich mal was machen damit. Na, na. Aha. Oh, oh nein. Sag mal so, damit die anderen nicht... Ähm, ähm, ähm. Ja, äh, Max, 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 Max. Komm mal her, bitte. Max, Max. Da fehlen ja noch bestimmte Eitlands. Da hat der Komma. Ja, Silke. Oh. Du hast grad so... Silke ist gemütet. Oh, okay. Aber gut, da fehlen ja trotzdem Eitlands. Da fehlen ja... Dann weiß ich was überhaupt. Dann baue ich diese komischen Eitlands, die wir noch brauchen. Über dir, Silke. Ich bin grad übrigens bei euch in der Nähe noch. Hast du unser Essen geklaut, Silke? Und bist damit verp... Hast dich damit verpisst? Nein, hab ich nicht. Nein. Nein, ich hab die Hälfte da gelassen. Oho. 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 Ich hab schon Glück gehabt, die Wege. Hey Olli, ich bringe euch das wieder, ja? Ich hab��. Wie kannst du... Jetzt kannst du es auch behalten. Der Olli ist hier eher äh. Ich wollt nur... Oho! Scheiße! Oho! Da ist noch nicht die Kühle da. Okay. So, Olli, wo ist das Eingang?! Eingang! Sync, ich vertraue dir jetzt einfach mal, wenn ich stirbst. Na zu unserem Ding! Ja, du wirst schon, ich habe ein besseres Schwert, bin besser gekübt, also ich könnte dich jetzt auf der Stelle töten, ne? Bist du so sicher? Okay, ich habe doch kein besseres Schwert in Ordnung. Dann probier's doch! Junge, ich boxe dich gleich mit einer Schaufel tot, mein Freund, Alter. Also, ne Sync, wir kommen bei... Wo ist das überhaupt, Sync? Äh, was ist kein... Äh, wir haben hier noch einen Gast, das ist erstmal egal. Sync hast du auch so Diamanten genommen. Ach, das ist unserer! Ich habe gar keine Diamanten genommen. Das ist jetzt unserer. Ich habe Sync beklärt, um bei den Originalen zu sein. Okay, warte kurz. Ich hab sie! Guck mal, guck mal, um alles Wischi da zu essen. Ich mach mal kurz ein bisschen Ordnung in die... Okay, die Ordnung, das ist schon der Kiste. Also, wie gesagt, ich habe nur... Ne? Gibt's ein bisschen was zu essen besorgt. Ach ja, in dem geheimen, äh, in unserem Braukeller. Natürlich. Achso, okay. Moritz, war das nicht klar, dass ich dies mache? Nein. Doch eigentlich hätte sie das klar sein müssen. Eigentlich nicht. Ne, ich hab noch... Gib mal her! Gib mal her! Gib mal her! Brauchst du für die Automatik? Gib mal her! Ach nein, ich gebe dir her! Ich weiß noch nicht, was ich brauche, ich... Aufmerz, bitte! Gib mal weiter füttern. Das ist okay. Ich wollte... Ich lass immer so ein bisschen so dicker Sachen machen. Ah ja, das ist okay. Was kommt da raus? Möchtet ihr mich jetzt töten? Nein, das wollen wir nicht. Wieso? Ne, die anderen! Ich ordne jetzt mal hier... Der ist ins Ausdruck gegangen. Na, die wollen mich töten, Mann. Die sind jetzt rausgemüft. Die sind jetzt in extra Raum gegangen. Man, die wollen mich töten, Digga! Nur weil ich den Eisen geklaut hab. Was hast du jetzt eigentlich alles mitgenommen? Ne, ich hab 28 Eisen, 33 Kohle und meine Rüstung. Und das Essen halt. Oh! Okay, dann beinahe ich die doch anzubauen. Ähm... Sag mal so, wir müssen jetzt erstmal defenden hier, ne? Ja, ich mach grad so ein bisschen Kissenordnung, ne? Warte, ich leg mal mein ganzes Zeug da rein. Silke, ich hol unseren Geheimwaff, okay? Ich hab damit nichts. Das ist los. Silke, mach mir mal bitte noch einen Kopf und eine Hose, bitte. Wir haben auch noch genug Eisen dafür, ja, ne? Ja. Na, das Eisen... Ich weiß nicht grad, wo das Eisen ist. Das wurde grad weggemacht. Ja! Guck mal, ich hab... Guck mal, Silke und Geheimwaffe. Warte, warte, warte kurz. Ich hab hier noch ein bisschen Kraut. Ach ne, ist eisvoll. Ja ne, ich kann's mit sagen, wo die hin soll? Die sind, ähm... Sag mal. Nein, nicht die, wo wo die... Auf... Siehste, was ich nenn? Die automatisch haben. Die automatisch haben. Siehste, was ich nenn? Siehste, was ich nenn? Hm. Meine Geheimwaffe, okay. Nice fun. Hm. Äh... Nein, wisst du was? Was? Jetzt hab ich ja richtig Schwung in die Bude gebracht, Mann. Ja, erste Folge gleich Schwung in die Bude. Aber wir haben eigentlich... Anfang ja gesagt, dass wir nix stehlen. Hat mir niemand gesagt. Und ich hab's ja nur ausgeliehen, ne? Olli hat zu mir gesagt, ich darf mich verdienen, wie ich will. Ach ja, hier kommt so unsere Rumpelkiste rein. Hier kommt alle so Krimskrams wie Eier und so. Und? Und warte kurz, Janik. Und ich hab nicht gesagt, dass ich bei denen im Team bin. Ich hab ihn nämlich noch gar nicht geäußert. Er kam an und hat gesagt, hallo Sönke, ich mir... Haben wir noch Dirt? Ja, ein bisschen was hab ich gefarmt. Ja, dort fahren wir noch. Könnt ihr mir... Ja, glaub ich noch... Kann jemand mal auf dem Sprung drum was runterschmeißen werden? Ja, warte. Bin gerade dabei. Hä, haben wir Lapis noch? Ja, haben wir auch noch. Oh, scheiße. Warte. Gerade bisschen scheiße gespissen ist Dirt. So, bitte. Ah, dankeschön. Komm mal dazu zu. Du wolltest Lapis haben, ne? Mhm. Ja. Ich bin hier. Dankeschön. Ich bin hier gerade so am Kisten sortieren und so. Ja. Ich weiß nicht, ob wir noch ein externes Lager bauen wollen, oder ob wir das so lassen. Oder ob wir da halt dann weiterbauen. Naja, erstmal sortiere ich das so einigermaßen so halt. Oh cool, ich kann den jetzt auch verzaubern, Alter. Ja, nur doch. Ah, das müsst ihr aber noch nicht wissen, dass wir sowas haben. Also das greifen die nicht an. Warte, ich mach gerade meine ganze Rüstung erstmal. Ich mach gerade meine ganze Rüstung erstmal. Ich mach jetzt Level 1? Oder das pack gerade, weil du dran bist. Nee, das ist allgemein komisch. Du brauchst Lapis. Du brauchst jetzt Lapis zum verzaubern. Äh. Ich hab dir gerade welches zugeworfen. Du gehst rein, legst dein Item rein, legst es Lapis rein und dann kannst du erst verzaubern. Und das Problem ist, manchmal erscheint immer das gleiche. Hast du noch Lapis, Yannick? Ja, hab ich Sünke alles gegeben. Ach, Sünke. Ich hab ne kurze Frage. User joined your channel. Warte mal. Ihr wollt mich doch alle töten, oder? Nein. 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 Ja. Nein. Ähm. Wie weit fließt das Wasser? Acht Blöcke. Acht Blöcke. Acht Blöcke, okay. Danke. Warte kurz, Pascal. Ähm. Ja, warte kurz bitte. Lass mich nur ein bisschen hinschmeißen. Nur ein bisschen hinschmeißen wir nicht. Ja, mir reicht. Reicht schon. Hey Moritz, darf ich dir jetzt mal was sagen? Nein, möchte ich nicht wissen. Hast du mich jetzt nicht mehr lieb, Moritz? Wieso denn? Bevor ihr fightet, ich glaube die Aufnahme ist gleich wieder rum. Bevor ihr fightet? Also fightet. Okay, ihr hättet noch 5 Minuten wenn ihr fighten wolltet. Ähm, Moritz ist so ruhig. Ich hab übel Angst, Alter. Ich leb grad voll in der Paranoia, Alter. Inko, bleib einfach. Warte mal kurz, Pascal. Ja. Komm her, hier. Oder ich will dir das hier noch geben. Okay, danke. Wie gesagt, wir müssen mal ausmachen, was derjenige macht, der zuerst stirbt. Nein. Leute, ich ordne das schon, also haltet auch bitte die Ordnung ein. Ich bin dafür, dass er irgendeinen Crap spielen muss, was die Gruppe aussucht. Ich auch. Die anderen Leute suchen einfach kostenlos. Aber man ist kostenlos. Oder jemand kauft ihm das. Nee. Oder er hat es. Oder er hat es. Oder jemand anderes hat sich mit Family Show. Aber dann darf es keine normale Folge sein, sondern, sagen wir mal, halbe Stunde? Halbe Stunde. Die anderen suchen aus. Halbe Stunde ist okay, oder? Ey, Moritz. Ja. Jetzt mal ohne Scheiß. Komm, gib zu, ihr wollt mich töten. Wieso? Ey, ihr seid so ruhig, das ist nicht in Ordnung. Hey, wir sind immer so ruhig beim Minecraft-Spielen. Wir waren letztes Mal auch so ruhig. Überhaupt nicht. Nein. Warte doch mal kurz. Letzends. Aber hat ja Moritz auch aufgenommen. Hab ich aufgenommen. Sie sind unter uns. Sie sind unter uns. Sie sind unter uns. Sie kommen. Sie wollen uns. Sie wollen synchen. Sie wollen synchen. Ich hab sie genau gesehen. Ich hab nämlich gespielt. Sie haben sich angeschnitzt. Leute, sie kommen. Ich hab nichts mit der Sache zu tun. Lass den nur los. Ich auch nicht. Waffe. Nein, die sind da. Nein. Ich hasse euch. JANICHMUS! 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 Das ist meine geilen Waffe. Wir hätten trotzdem unser Essen zurück. Das ist Assoziant. Pass sus noch auf. Dann lass den Bums zurück. Ey Oli! Ich gib euch das Essen. Hey! Hau vonneiss nicht Max. Nicht Max'ser. Ich habe es vorgeschrieben. Nicht Max. Max hat mir Sachen nichts zu tun. Ich hab gesagt Jannich Sönke und der der sich im Weg stellt. Alter. Wenn wir Pascal sich wehrt Pascal auch, aber Pascal und Max haben damit nichts zu tun. Wir haben mich ja nicht. Ich habe nur die Lava geschubbt. wir haben wir sehen ich gehe draus man es ist wie lange verbrennt denn der ach und Moritz bitte geh mal ins Bett wieder erst mal kriegst du dein Essen bitte Janik darf anfangen äh kann... guck mal doch was auch den Rest hab ich ausgegessen und meine Rüstung hätte ich auch gern wieder ja meine auch die liegt da draußen irgendwo rum Alter Moritz ich hab dich zweimal geschlagen Moritz einfach nur aus Wahrheit komm 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 geh weiter vor du kriegst ein Schutzhelm ein paar Schuhe und ein Brustranisch na hä die haben doch noch gar nicht ist Olli auch verrückt? ja ich hab Olli getötet nö das die Rüstung äh die Versaubte rüsten wir unten Mensch Alter das war nicht gestorben das fand ich auch nicht nett von dir Olli Olli komm her ich geb dir den Rüstung komm was denn jetzt ist Pascal ich bin so frei warum hast du grad Dings Janik getötet weil er ankam mich getötet hätte ich hab dir sein Schwerpunkt müssen ich hab dich einmal angehört ich hab dich angehört ist doch jetzt egal wir haben das jetzt geklärt jeder macht jetzt sein Ding und dann ist einer Janik ja hat mir mal noch ein zweites Ja Janik ich hab für dich dann aus ne ein Dearshot hab ich nicht das ist vielleicht verbrannt nein komm komm hier Janik hinter dir so und Janik muss ein Crapspiel spielen ich weiß schon welche das such ich ihm aus Janik ich geb dir nur das ich wollte das ich wollte das nein das müssen wir einer Gruppe aussuchen damit müssen alle haltig das kann ich nicht spielen ne wir müssen bei der Auswahl wirklich alle fair sein da gibt's auch nicht hier freundesrabattlos Umsatz okay Max Zeit ich hab ja ich hab ja ich wollte warten bis jetzt ich behalte mal eins ja so und mit diesen wunderschönen Worten wenden wir die elfte Folge elfte 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 oder dann ist das hier und das 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 und und hier dein Eimer schönen Tag